Philipp Weilsleben, heute feierst du ja quasi dein Comeback, zumindest nur für heute. Hast du die Strecke schon angeguckt und wie gefällt sie dir? Ja, mein Brandenburger Comeback, sagen wir mal. Vor zwei Jahren bin ich, glaube ich, in Kleinmacht noch das letzte Mal gefahren. Ich war eben eine Runde auf der Strecke, die sieht echt gut aus. Die Samenpassagen gefallen mir. Ist auch eine kurze Runde, ist gut für die Zuschauer. Wird Spaß machen. Bist jetzt, wie gesagt, schon zwei Jahre raus, aber du glaubst trotzdem, dass du gegen die regionalen und teilweise auch nationalen Fahrer hier natürlich trotzdem mithalten kannst und wahrscheinlich trotzdem auch gewinnen kannst, oder? Also vom Gewinn habe ich nie gesprochen. Mithalten hoffe ich. Ja, wir werden mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie meine Startposition ist. Ich werde mir das angucken. Ja, ich habe ja ein bisschen Form eventuell aus meinem Sommer mitgenommen und hoffe, ich habe Spaß. Vielen Dank und hoffentlich bis nachher. Danke. Danke.